Edith Stein sagte mal, wir brauchen die Stille der heiligen Nacht, damit uns immer wieder bewusst wird, wie sehr wir zueinander gehören, wie sehr wir einander brauchen, wie sehr wir einander lieben könnten, wie sehr wir uns alle nach Frieden sehnen. Es soll uns immer wieder bewusst werden, wie sehr wir zueinander gehören. Und das bezieht sich nicht nur auf die zwischenmenschliche Ebene, sondern auch auf die Beziehung Gott-Mensch. Wir gehören zusammen, das feiern wir an Weihnachten. Das wird uns in Jesus deutlich, in dem Göttliches und Menschliches vereint sind. Und zwar vollkommen vereint ist, was vollkommen da ist. Also das Göttliche ist vollkommen gegenwärtig in Jesus und das Menschliche ist vollkommen entfaltet in Jesus. Und wenn nun vollkommen Göttliches und vollkommen Menschliches zusammenwirken, dann haben wir den vollkommenen Menschen. Den ganz nach dem Bilde Gottes lebenden Menschen. Und in der Zeit nach Jesus, nach seiner Menschwerdung, nennen sich jene, die im Geiste Jesu das Göttliche und das Irdische zusammenwirken lassen, diese nennen sich Christen. Also es ist die Lebensart Christi, die den Menschen zum Christen macht. Und damit uns das immer wieder bewusst wird und immer tiefer bewusst wird, sagt Edith Stein, brauchen wir die Stille der Heiligen Nacht und das Geschehen der Heiligen Nacht. Der heilige Philipp Neri hat einmal formuliert, es ist im Allgemeinen ein schlechtes Zeichen, wenn jemand an den Hauptfesten des Kirchenjahres in seinem Herzen nicht angerührt wird. Also wenn die Hauptfeste der Kirche, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, wenn diese Feste nicht den Menschen ergreifen, wenn der Mensch nicht ergriffen wird davon und wenn er nicht merkt, dass das mit ihm zu tun hat, dann ist es im Allgemeinen ein schlechtes Zeichen. Ich zitiere aus einem Büchlein des Kamel im 14. Jahrhundert geschrieben, das Buch der ersten Mönche. In diesem Büchlein ist beschrieben, was das Ziel des Christseins ist, obwohl es hier auch spezifisch auf die Mönche bezogen ist. Aber wir werden ständig mit Texten beschäftigt sein, die uns alle betreffen und nicht nur irgendeine besondere Gruppe der Christen. In diesem Büchlein heißt es, dieses Leben hat ein zweifaches Ziel. Und sagen wir ruhig mal, wenn der Autor hier gemeint haben könnte, dieses Leben der Mönche, dann ergänze ich, das Leben der Christen hat ein zweifaches Ziel. Das eine können wir mithilfe der göttlichen Gnade durch eigene Anstrengung und durch die Übung der Tugenden erreichen. Hören wir, es gibt ein Ziel, das können wir mithilfe der göttlichen Gnade durch eigene Anstrengung und durch die Übung der Tugenden, also des echten Bemühens um ein gutes Leben erreichen. Und dieses eine Ziel besteht darin, Gott ein reines und heiliges Herz anzubieten, das frei ist von jeder Sünde. Und ich meine, das ist ohne diesmal Standard für uns alle. Also, wenn und weil uns die Gnade gegeben ist, die göttliche Hilfe, und weil es der Art eines Menschen entsprechen muss, eines Menschen, der zur Entfaltung und zur Entwicklung neigt, es muss seiner Bemühung entsprechen, dass er frei wird von jeder Sünde. Und damit ist gemeint, frei von jeder Sünde sein heißt, in jeder Hinsicht in voller Gemeinschaft mit Gott sein. Das meint ja diese Sündenfreiheit. Wenn Sünde Trennung ist, Absonderung, Isolation, Rückzug von Gott. Also, mit Gottes Hilfe und meinem Bemühen möchte ich in jeder Hinsicht rund um die Uhr in allen Bereichen meines Lebens in vollkommener, tiefer Gemeinschaft mit Gott sein. Und aus der Heiligen Schrift wissen wir, das ist möglich. Nämlich, Gott sagt, dass er es von uns erwartet. Und Edith Stein sagt, Edith Stein meint, Gott sagt nicht, du sollst, wenn du nicht kannst. Und wenn Gott sagt, du sollst, dann heißt das, du kannst. Natürlich mit seiner Hilfe, mit seinem Geist. Klar. Und dieses Zusammenwirken nochmals von Gott und Mensch sehen wir in Jesus verwirklicht. Und wir bringen eben unsere natürlichen Begabungen voll ein. Und dass die jederzeit voll eingebracht werden, dazu dient unser Bemühen. und Gott gibt in seinem Geist durch die Gnade, durch die Sakramente das Seine. Und jetzt ist es so, wenn Gott will und ich will, wer könnte uns daran hindern? Und mein Glaube sagt mir, dass Gott allmächtig ist. Und dass der auch mit einem Pater Paul, der gewisse Lernschwierigkeiten immer schon hatte, dass der irgendwie mit dem schon das Ausbildungsziel erreicht. Wenn ich auch will. Und ich will. Also da sind wir bei dem einem Ziel dieses Lebens. Gott ein reines und heiliges Herz anzubieten. Johannes von Kreuz sagt dazu, dass Gott ein höherer Grad an Gewissensreinheit viel wohlgefälliger ist als viele Taten. Nämlich der höhere Grad der Gewissensreinheit macht es Gott möglich, mich zu beschenken. Der höhere Grad an Gewissensreinheit ist eben das je offenere Tor des Herzens für den Empfang des Gottesgeistes. Und ich habe in diesen Tagen an Weihnachten den US amerikanischen Präsidenten Benjamin Franklin zitiert 1790 verstorben. Der war auch so schriftstellerisch und wissenschaftlich und so weiter tätig. Und er hat viele Gedanken gesammelt. Es sind nicht alle von ihm, aber er hat es gesammelt. Unter anderem sagt er ein für oder ein reines Gewissen ist ein ständiges Weihnachten. Das heißt, wenn es im Gewissen passt, dann ist meine Seele mein Herz ständig Adresse für das Ankommen Gottes. Und wie Karl Ranner sagt, vollkommenes Christsein besteht darin, dass Gott vollkommen ankommen konnte. Also für ein reines Gewissen ist ständig Weihnachten. Also das ist der Sinn des reinen und heiligen Herzens, das wir Gott anbieten. Das ist das eine Ziel des Lebens, so heißt es im ersten Buch der Mönche. Und dann ist die Rede vom weiteren, von einem zweiten Ziel. Hören wir, das andere Ziel dieser Lebensweise wird uns als unverdientes Gnadengeschenk von Gott gegeben. Es besteht darin, dass wir nicht erst nach dem Tod, sondern schon in diesem sterblichen Leben ein wenig die Kraft der göttlichen Gegenwart und die Freude der himmlischen Herrlichkeit in unserem Herzen verkosten und in unserem Geist erfahren dürfen. Vielleicht ist mit diesem zweiten Ziel dieses Strebens, dieses Christenlebens das gemeint, was Johannes von Kreuz auch nennt, die mystisch erfahrbare Gegenwart Gottes. Und zwar die mystisch erfahrbare Gegenwart Gottes unterscheidet sich von der allgemein christlichen Erfahrung der Gegenwart Gottes dadurch, und ich sage nur dadurch, dass nämlich die Gegenwart Gottes und sein Wirken irgendwie deutlicher erahnt oder verspürt werden kann, wie es bei allen Christen ist. Das heißt, jeder Mensch, der mit Christus leben möchte, hat die Zusage, dass Christus in ihm ist. Und die Taufe ist für uns dieses Sakrament, das diese Gegenwart Christi in uns praktisch besiegelt, bestätigt. Also, Gott ist in jedem Glaubenden gegenwärtig, in jedem, der sich auf Christus offen hält, ist er gegenwärtig. Das ist die allgemeine Einwohnung Gottes aus Gnade. Und jetzt die sogenannte mystische Einwohnung, wie Johannes von Kreuz sie nennt, meint, es ist erfahrbar durch besondere Freude, durch besonderen Frieden, durch besondere Kraft, durch besondere Liebe. Und jetzt noch einmal zu dem einen Satz, es ist ja nur einer, der da drei Zeilen umfasst, oder vier, ist schon ziemlich theologisch. Also nochmals, dieses zweite Ziel dieser Lebensweise besteht darin, es ist ein unverdientes Gnadengeschenk von Gott, es besteht darin, dass wir nicht erst nach dem Tod, sondern schon in diesem sterblichen Leben ein wenig die Kraft der göttlichen Gegenwart und die Freude der himmlischen Herrlichkeit in unseren Herzen verkosten und in unserem Geist erfahren dürfen. Wir brauchen jetzt nicht uns zu lange damit aufhalten, ob jetzt Gott selber gespürt werden kann oder ob ich meine Seele spüre, die auf das Wirken Gottes reagiert. Ich erlebe, dass sich meine Seele freut. Ich erlebe den Frieden meiner Seele. Im strengen Sinn werde ich wahrscheinlich nicht sagen können, ich erlebe Gott oder ich spüre Gott. Theologen sagen, Gott ist viel zu fein, viel zu geistig und er wirkt in einer Tiefe der Seele, in einer Tiefe, in der meine sinnliche Wahrnehmung nicht hineinreicht. Aber die Seele nimmt das Wirken Gottes wahr, empfindet Freude, Wonne, Jubel, Frieden und so weiter. Und ich nehme mit meinen Sinnen das Erleben der Seele wahr. Das ist eigentlich nur eine Randbemerkung, was diese Wahrnehmbarkeit betrifft. Auf jeden Fall, es wird zum Ausdruck gebracht, dieses Begnadet sein von Gott kann in diesem Leben schon auf besondere Weise erlebt werden, erfahren werden. Ja, grundsätzlich gilt ja ohne dies, dass wir mit dem Erleben der Gemeinschaft mit Gott sollen wir nicht warten auf die Ewigkeit, sondern schon in dieser Welt sollen wir die Früchte der Gottesgemeinschaft zur Entfaltung kommen lassen und auch genießen. Also nicht warten auf das Sterben, nicht warten auf das Heimgehen zum Herrn, um den Herrn zu erleben, weil wir ja gerade an Weihnachten feiern, dass er gekommen ist in unsere Welt und wir uns nicht aus dieser Welt verabschieden müssen, um zu ihm zu kommen. Er ist ja da. Ich möchte mit Edith Stein ein bisschen hinführen zu dem, dass der Mensch, der mit Gott lebt, dass der Christ für andere, sagen wir mal Botschafter des Unsichtbaren wird. Also wer nun mit Christus lebt, bringt Christus zur Welt. Edith Stein ist durch die Begegnung mit dem Professor Adolf Reinach, der hat gelebt von 1883 bis 1917, ist im Ersten Weltkrieg gestorben, gefallen und Adolf Reinach hat in der evangelischen Kirche 1916 die Taufe empfangen mit seiner Frau. 1916 Also auch schon ein schönes Erwachsenenalter und Edith Stein ist diesem evangelischen Christen begegnet. Edith Stein schreibt über diese Begegnung Ich war nach dieser ersten Begegnung sehr glücklich und von einer tiefen Dankbarkeit erfüllt. Es war mir, als sei mir noch nie ein Mensch mit einer so reinen Herzensgüte entgegen gekommen. Dass die nächsten Angehörigen und Freunde, die einen jahrelang kennen, einem Liebe erweisen, schien mir selbstverständlich. Aber hier lag etwas ganz anderes vor. Es war wie ein erster Blick in eine ganz neue Welt. Es war wie ein erster Blick in eine ganz neue Welt. Edith Stein wird damals 25 Jahre alt gewesen sein. Also Edith Stein ist 1891 geboren und ja, so 5, 26 Jahre wird sie alt gewesen sein, als sie diesem Adolf Reinhach begegnet ist. Und Edith Stein war damals eine, eine, die sich als Atheistin verstanden und deklariert hat. Ja, und jetzt einen Blick in die letzten Lebenstage der Edith Stein, die am 9. August 1942 in Auschwitz umgekommen ist. Auf dem Weg dahin führt ein holländischer Beamter ein kleines Gespräch mit ihr und er hat seine Eindrücke so zusammengefasst, Zitat, Ich wusste sofort, das ist ein wahrhaft großer Mensch. Bei einem Gespräch sagte sie, die Welt besteht aus Gegensätzen. Letzten Endes aber wird nichts bleiben von diesen Kontrasten. Die große Liebe allein wird bleiben. Wie sollte es auch anders sein können? Und dann ein Gespräch mit ihr das war eine Reise in eine andere Welt. Sagt jetzt dieser holländische Beamte über die Begegnung mit Edith Stein. Ein Gespräch mit ihr das war wie eine Reise in eine andere Welt. In solchen Minuten bestand Westerbork nicht mehr. Ich sah ihr Lächeln ihre ungebrochene Festigkeit die sie nach Auschwitz begleiteten. Nochmals diese zwei schönen Sätze. Die Atheistin Edith Stein begegnet einem Christen und sagt darüber es war wie ein erster Blick in eine ganz neue Welt. Edith Stein wird Christin geht ins Konzentrationslager wissend was ihr da passiert und er lässt sie lässt jemanden erleben ein Gespräch mit ihr das war eine Reise in eine andere Welt. Und ich meine Begegnungen mit uns müssen für die Mitmenschen zur Gottesbegegnung werden. Und wenn das nicht gegeben ist, dann sind wir noch nicht die, die wir sein sollen. Und wir sollen aber jetzt nicht meinen, dass eine Begegnung mit uns, weil Christus in uns ist und weil es auf diese Weise zur Gottesbegegnung wird, was der Mensch da erlebt, dass diese Begegnung mit Gott in uns beim Anderen automatisch die große Wirkung hat. Das nicht. Weil viele sind Christus begegnet und viele sind den Heiligen begegnet, aber haben nicht automatisch ihr Leben sofort neu orientiert. Das ist nicht mehr unser Thema und unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es Christus zu vergegenwärtigen und mit Madeleine Delbrel gesprochen wir sollen den Glauben oder das Leben mit Christus vorstellen. Wir können den Glauben also die Beziehung zu Christus nicht implantieren. Das ist nicht unser Geschäft, das ist nicht unser Auftrag. Ich möchte eine Blutsverwandte von Edith Stein zu Wort kommen lassen, die Simon Weil, die freiwillig ein Schicksal erlebt hat, ähnlich wie die Edith Stein. Simon Weil ist 1909 geboren und 1943 an einem Hungertod verstorben. Hungertod deshalb, weil sie nicht mehr Lebensmittel zu sich nehmen wollte, als die Gefangenen in den Konzentrationslagern bekommen haben. Sie ist dann unter Ernährung verstorben. ihre Solidarität hat sie freiwillig gelebt. Sie sagt, sie war sehr befreundet mit Christen, es ist bis heute meine ich nicht hundertprozentig sicher, ob sie nun am Sterbebett die Taufe empfangen hat oder nicht. Es gibt die Ansicht, dass sie durch eine Freundin praktisch die Nottaufe empfangen hat. Gut, manches bleibt vermutlich offen. Aber sie, die mit Christen sehr zusammengewirkt hat, sie sagt, Gott ist von dieser Welt abwesend, außer durch das Dasein derer in der Welt, in denen seine Liebe lebt. Gott ist in dieser Welt abwesend, außer durch das Dasein derer, in denen seine Liebe lebt. Und Simon Weil sagt weiter, sie, in denen diese Liebe lebt, sie sollen darum der Welt gegenwärtig sein durch das Erbarmen. Ihre Barmherzigkeit ist die sichtbare Gegenwart Gottes hiernieden. Also Erbarmen, erfahrbar machen, das ist auch der Auftrag Jesu, der sagt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Drei sehr nahestehende verwandte Formulierungen sagen uns, was die Erwartungen Gottes sind und somit unsere Fähigkeiten oder unser Auftrag und unsere Möglichkeiten. Nämlich nochmals, Jesus sagt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Im Alten Testament schon hören wir, seid heilig, denn ich, euer Gott, bin heilig. Ihr, meine Kinder, ihr, mein Volk, sollt auch heilig sein. Und von Jesus kennen wir dann noch das Wort, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich will jetzt nicht sehr ins Detail gehen, was nun dieses heilig und vollkommen sein bedeutet für einen Menschen mit einer gebrechlichen Natur, der aber von Gott unendlich reich beschenkt ist mit Liebe und mit Gnade und mit Geist. Also heilig sein und vollkommen sein heißt jetzt nicht, dass die menschliche Natur irgendwie zu Höchstleistungen gebracht werden muss, die sozusagen elitär sind. Nein, es geht darum, dass der menschliche Geist sich beschenken lässt und dass der Mensch mit seiner Seele und die ist immer genügend beziehungsfähig und genügend gesund und genügend heil eben, dass der Mensch mit seiner Seele die Gemeinschaft mit seinem Schöpfer lebt. Und es war Hans Urs von Balthasar, der gesagt hat, Heilige, und ich möchte es doch auf alle Christen beziehen, Heilige beweisen sozusagen, das Heil sein und wir können verstehen, das Ganzsein aus Gnade. Das heißt, sie lassen sich vervollständigen durch die Gnade. Sie lassen sich sozusagen Heil und ganz und vollkommen machen durch die Gnade. Also Gott ergänzt, aber das ist verkehrt gesprochen, weil es ist nicht jetzt ein Ergänzen, sondern es ist ein Zusammenwirken einer vollkommenen Beziehung. Und weil es so plastisch ist, was Hans Urs von Balthasar dann zur Verdeutlichung sagt, nämlich, dass diese Heiligen das Ganz und Heilsein können aus Gnade Bezeugen zeigt sich darin, dass sie ihre Mitmenschen nicht als Schätter gebrauchen und sie nicht als Asche zurücklassen. Das brauchen sie nicht, weil ein Geistfeuer in ihnen brennt. Und wer dieses Geistfeuer in sich hat, der wird nicht zum Ausbeuter der Mitmenschen. Und nochmals, weil ich Simon Weil schon zitiert habe, die nämlich sagt, wenn ein Mensch nicht in Gott verwurzelt, beheimatet, verankert ist, dann wird er aufgrund des Naturgesetzes zum Ausbeuter seiner Mitmenschen. Dann holt er sich praktisch von seinen Mitmenschen oder versucht er sich zu holen, es wird defrustrierend und nicht erfolgreich sein. Er will sich notgedrungen erweise, und sie spricht wirklich von einem Gesetz in der Natur, ein Gesetz in der Natur macht ihn zum Ausbeuter des Mitmenschen, mit meinen Worten jetzt zusammengefasst, wenn er nicht von Gott her das Leben bezieht. Ich bleibe bei Edith Stein, die eine Fragende, eine Suchende, eine Forschende war, eine Strebende war und die die das ganze suchen, fragen, forschen, arbeiten, diese Bemühung und diese auch asketische Leistung bei den Studien und so weiter, die das ganz existenziell und radikal gelebt hat, bis hin zur physischen und psychischen Erschöpfung. und sie schreibt einmal, ich bin halt mal so beschaffen, dass ich ganz existenziell den Dingen nachgehen muss und das sind ja auch die wirklich guten Philosophen, in denen eine Übereinstimmung besteht zwischen dem Fragen, Denken, Suchen im Kopf und dem übrigen Leben. Edith Stein gehört zu diesen, die ihre ganze Existenz auf die Reise geschickt haben und nicht nur irgendwie einen Teil von sich und dann sagt sie, wenn der Verstand sein Äußerstes wagt, dann kommt er an seine Grenzen. Er zieht aus, um die höchste und letzte Wahrheit zu finden und entdeckt, dass all unser Wissen Stückwerk ist. Der heilige Thomas von Aquin, der viel gearbeitet und viel geschrieben hat, hat am Ende seines Lebens gesagt, Stroh ist das alles, was er da aufbereitet hat. Es ist Stroh im Vergleich zum Weizen, zu dem Wirklichen. Also der Verstand zieht aus, um die höchste und letzte Wahrheit zu finden und entdeckt, dass all unser Wissen Stückwerk ist. Dann zerbricht der Stolz und nun sehen wir ein Doppeltes. Zwei Reaktionen sind möglich, sagt Edith Stein, aber diese soweit kommen nur wenige, weil die meisten einfach im Leben beschäftigt sind mit Angelegenheiten, die nicht wirklich dem Leben dienen. Also nicht viele schicken ihre gesamte Existenz da auf die Reise um zu suchen. Und deshalb kommen wir zu dem Punkt, den wir jetzt betrachten, nur wenige Menschen. Dann zerbricht der Stolz und nun sehen wir ein Doppeltes. Entweder er schlägt um in Verzweiflung oder er beugt sich in Ehrfurcht vor der unerforschlichen Wahrheit und empfängt demütig im Glauben, was die natürliche Verstandestätigkeit nicht erobern kann. Betonung liegt, er empfängt demütig im Glauben, was die natürliche Verstandestätigkeit nicht erobern kann. Und ich muss jetzt sagen, es gibt einen dritten Weg. Edith Stein spricht von einem Doppelten, nämlich die Verzweiflung, die es tatsächlich gibt. Oder eben demütig sich sagen sagen lassen vom Wort Gottes, von der Heiligen Schrift, worum es geht. Und dann durch das Wort Gottes empfangen. Das ist das Doppelte. Das Dritte, der meines Erachtens am häufigsten gegangen wird, das ist hier nicht erwähnt bei Edith Stein. An anderer Stelle könnten wir es finden, nämlich es ist eine Zuflucht zur Zerstreuung. Eine Zuflucht nehmen bei der Ablenkung, bei der Narkotisierung durch Arbeit, durch Alkohol, durch Konsum von allen möglichen Mitteln und das Edith Stein nennt es einmal an anderer Stelle, nämlich es ist ein Betäubungssuchen in immer raffinierteren Genüssen, sagt sie 1928 bei einem Vortrag in Ludwigshafen. Also als die Krankheit des Volkes. Eine innere Zerrissenheit und in dieser Unzufriedenheit des Menschen flüchtet er sich in ein Betäubungssuchen in immer raffinierteren Genüssen. So ungefähr. Das wäre der dritte Weg, der meines Artens ein nicht so seltener ist. Gut, und jetzt schauen wir aber noch was, was die Früchte eines Demütigen sich im Glauben Beugens ist. Nämlich, wenn einer sich jetzt im Glauben etwas sagen lässt, dann bekommt der Intellektuelle und zu denen zählen wir uns, dann gemeint ist wirklich der Aufmerksame, genügt einmal, der Aufmerksame ist schon der Intellektuelle. Ich habe in Rom einen Professor gehabt, der auf sehr raffinierte Weise immer wieder motiviert hat und dann hat er gesagt, und der intelligente Priester macht es so. Der intelligente macht es so. Also dann hat jeder geschaut, naja, wie mache ich es jetzt? Oder wie könnte ich es machen? Wie sollte ich es machen? Also, gut, auf jeden Fall, jetzt derjenige, der sucht und in Demut sich etwas sagen lässt, von dem sagt Edith Stein, der bekommt im Licht der ewigen Wahrheit die rechte Einstellung zu seinem eigenen Intellekt. Und das ist eine feine Sache. Sprich, der beginnt, sagen wir mal, zu relativieren, seine intellektuellen Fähigkeiten nicht überzubewerten, aber auch nicht zu unterschätzen und wichtig und ernst zu nehmen. Zum Beispiel, ich erwarte mir von einem Taxilenker nicht alles, aber ich erwarte mir, dass er mich sicher in den ersten Bezirk bringt, bei Bedarf. Und so erwarte ich mir von meinem Intellekt, von meinem Verstand nicht alles, aber er ist sozusagen befähigt und verpflichtet, organisatorische Aufgaben in der Welt zu übernehmen und zwar geleitet vom Auftraggeber Heiliger Geist, geleitet vom Wort Gottes und ich bin es, der jetzt entscheidet, sozusagen welches Futter bekommt der Verstand, welche Nahrung bekommt er, welche Inspiration, das wähle ich, indem ich sage, lasse ich mir vom Wort Gottes etwas sagen oder nicht? Habe ich die Demut, dass ich mir was sagen lasse in den großen Themen des Lebens oder auch in den kleinen oder nicht? Und wenn ich mir was sagen lasse, dann bekomme ich Licht und sehe mein Leben in großen Zusammenhängen und sehe mich nicht mehr als Alleinveranstalter und Selbstversorger und so weiter Nochmals der schöne Satz Dann bekommt der Intellektuelle im Licht der ewigen Wahrheit die rechte Einstellung zu seinem eigenen Intellekt Er sieht, dass die höchsten und letzten Wahrheiten nicht durch den menschlichen Verstand entschleiert werden und dass in den wesentlichsten Fragen in den wesentlichsten Fragen und darum in der praktischen Lebensgestaltung ein ganz einfacher Mensch aufgrund höherer Erleuchtung dem größten Gelehrten überlegen sein kann Hier findet Edith Stein eine Unterscheidung und sagt der Gelehrte ist der der wirklich ein Riesenpotenzial an Informationen in sich gespeichert hat aber es ist ungefähr so wie wenn er eine Bibliothek in sich trägt die Umsetzung ist noch nicht sicher gegeben und der Erleuchtete ist der 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 sich in Demut glaubend etwas sagen lässt und die Getauften die Christen wurden immer auch als die Erleuchteten bezeichnet in der jungen Kirche also in den wesentlichsten Fragen und in der praktischen Lebensgestaltung ist dann der ganz einfache Mensch aufgrund höherer Erleuchtung dem größten Gelehrten überlegen und das heißt ich brauche nicht vieles wissen entscheidend ist dass ich eben das entscheidende weiß wichtig ist notwendig ist dass ich das richtige weiß und das ist die praktische Lebensgestaltung ich komme zu einem Abschluss damit wir auch austauschen können ohne Zeitdruck wir sind halt noch dem Gesetz der Zeit unterworfen und ich lasse nochmals Edith Stein sprechen die sagt und ich sage das auch um ein bisschen die Sicht Edith Steins zu vergegenwärtigen sie sagt natürlich ist Religion sie schreibt das in einem Brief nicht etwas für den stillen Winkel oder für einige Feierstunden sondern sie muss Wurzel und Grund allen Lebens sein und das nicht nur für wenige Auserwählte sondern für jeden wirklichen Christen Klammer auf davon gibt es freilich immer nur eine kleine Schar Klammer zu am 12. Februar 1928 hat sie das geschrieben in einem Brief die Religion muss Wurzel und Grund allen Lebens sein und das nicht nur für wenige Auserwählte sondern für jeden wirklichen Christen Klammer auf davon gibt es freilich immer nur eine kleine Schar Klammer zu und ich frage mich was können wir beitragen dass die Schar jener die Edith Stein wirkliche Christen nennen würde größer wird ganz abschließend Edith Stein das sagt dass das Entscheidungsrecht der Seele präziser das Entscheidungsrecht über sich selbst steht der Seele zu das ist ihre philosophische und später theologische Überzeugung das ist die Freiheit die in Verantwortung genützt werden soll das Entscheidungsrecht über sich selbst steht der Seele zu es ist das große Geheimnis der persönlichen Freiheit dass Gott selbst davor Halt macht also vor diesem Entscheidungsrecht macht Gott Halt und sagt jetzt ist es an dir wie es weitergeht Edith Stein in ihrer praktischen Sprache auch Gott will die Herrschaft über die geschaffenen Geister also über uns nur als ein freies Geschenk ihrer Liebe also er will nur Herr sein in unserem Leben wenn es sein darf und wenn er aus einem liebenden Herzen heraus die liebevolle Zustimmung dafür bekommt und ich bringe sehr saloppen vergleich also ich will auch nur zu Geburtstagsfeiern gehen wo ich wirklich willkommen bin nur dass wir wissen also Edith Stein weiter Gott will nicht Besitz von der Seele ergreifen ohne dass sie selbst es will doch tut er alles um die freie Hingabe ihres Willens an den Seinen als ein Geschenk ihrer Liebe zu erlangen also Gott tut alles er will mich betören er tut alles um die Hingabe meines Willens an den Seinen als ein freies Geschenk von mir an ihn zu erlangen also das muss man sich mal so ein bisschen auf der Zunge gehen zu lassen und darüber meditieren nämlich wenn man das ich habe demnächst einmal in einigen Monaten eine Hochzeit und der Bräutigam hat mir ziemlich ausführlich von dem jahrelangen Überzeugungstätigkeiten geschildert wie er seine Braut überzeugen konnte dass es Sinn macht nach Österreich zu kommen und eine Ehe einzugehen und es ist alles auf guter Bahn und es scheint wirklich eine freie Wahl von allen Beteiligten zu sein wirklich frei ich möchte dass ich tue es jetzt übertragen ich möchte dass jemand wirklich begeistert ist von mir und deshalb zu mir kommt und Gott kann sich das leisten der sagt wenn du mich noch nicht liebst und wenn du dich noch nicht völlig anvertraust und wenn du noch nicht völlig mir alles tun lässt dann kennst du mich zu wenig und darum sagt wiederum Edith Stein an anderer Stelle Gott lernt kennen wer seinen Willen tut das heißt mit Gott Albert Schweitzer hat es genauso formuliert der sagt willst du Jesus kennen lernen arbeite an seinem Werk mit willst du Jesus kennen lernen arbeite an seinem Werk mit sagt Albert Schweitzer Edith Stein sagt willst du Gott kennen lernen tu seinen Willen dann wirst du Gott kennen lernen also und Gott tut alles damit ich mich ihm schenke er tut alles um die Seele zur beseeligenden Vereinigung mit ihm zu führen Dankeschön 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 Dankeschön